Schönen guten Abend, mein Name ist Karl Gneza, ich bin unter anderem aktiv im Verein Schurrallrock.de e.V. Und wir sind das erste Mal hier im 4P, haben gehört, hier wird Musik gemacht und wo Musik gemacht wird, ist Schurrallrock nicht weit. Wir haben letztens bei uns in Baldmannsweider, da kommen wir ursprünglich her, eine Jam Session gemacht. Gut, jetzt war es so, da haben wir auch ein paar Junge dabei gehabt und unter anderem ein Großteil von denen, der Jüngste von allen, sitzt da hinten rechts. Ja, unsere Aufgabe von Schurrallrock, die wir uns gestellt haben, ist Musiker zusammenzubringen, jungen Leuten eine Bühne zu bieten, sich einfach auch mal musikalisch gemeinsam ein Stück weit zu präsentieren. Und witzigerweise, vier von diesen jungen Leuten waren bei uns auf der Jam Session und haben spontan eine Band gegründet. Und das erste Mal, dass sie zusammenspielen mit einem neuen Namen, New Direction, ist heute Abend hier und ich freue mich persönlich, dass wir da etwas initiieren konnten und die Jungen hier ein bisschen was zeigen können. Wir sind selber sehr gespannt drauf, freuen uns, dass unsere Bemühungen langsam Früchte tragen. Uns gibt es seit knapp drei Jahren und ja, dann kann ich nur eins wünschen uns allen, viel Spaß mit New Direction. Applaus Applaus Also eine kleine Information voraus. Wir sind eigentlich schon eine Band längere Zeit und zwar bloß drei Personen von uns und einmal der Luis, der Nils und ich. Und wir haben noch eine andere Sängerin, aber die scheute nicht da. Und einmal der Rafa und der Maxi, die sind jetzt neu dazugekommen seit der Jam Session und... Spontan auch. Ja, und wir wollen jetzt mit dem ersten Lied anfangen. Und jetzt kommt das Lied. Und dann kommt das Lied. Und dann kommt das Lied. Und dann kommt das Lied. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020